Ich bin Trainer bei den Youth Entrepreneurship Weeks und die Youth Entrepreneurship Weeks sind ein Projekt der Initiative for Teaching Entrepreneurship, welches sich zum Ziel gesetzt hat, das Unternehmertum in österreichischen Schulen voranzutreiben und den Unternehmergeist in Österreich zu wecken. Während der Week arbeiten wir an ganz vielen verschiedenen Projekten, hauptsächlich ganz innovative, neuartige Ideen, auch mit einem Nachhaltigkeitsgedanken und es entstehen ganz vielfältige Projekte in spannenden Brainstorming-Einheiten, wo wir von E-Mobilität über Mental Health Dinge andenken, die uns als Gesellschaft weiterbringen, aber auch verknüpft mit Unternehmertum umsetzbar sind. Applaus Vielen Dank.